Hallo und herzlich Willkommen zu Deadly Premonition. Wir sind wieder in der Horrorwelt. Ach ja, in der Horrorwelt. Wunderschön. Mittendrin im Krankenhaus. Und gucken wir einfach mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, gehen wir einfach weiter. Ich glaube, wir sind dem Ziel ja schon recht nah. Mal ein Klick auf die Karte. Ja, wenn es denn hier rausgehen würde, mit dem Symbolen zu urteilen, muss ich wohl einen Umweg laufen. Wird vielleicht da ein Schlüssel oder so bekommen, um rauszukommen? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Ach ja, Deadly Premonition. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Wenn es da nicht weitergeht, dann muss ich... Nee, oder? Ach ja, habe ich einen Schlüssel das letzte Mal bekommen? Habe ich irgendwas bekommen, oder? Mir hilft nichts. Ich muss gucken gehen. Weil... Da geht es ja nicht weiter, ne? Jo. Ich hoffe, die Zombies bleiben tot. Keine Lust auf diese ekligen Viecher. Okay, ein ruhiger Gang. Ah, okay, da war ich anscheinend noch nicht. Oder die spawnen einfach nach. Ich weiß es nicht. Einfach nochmal weg damit. Vielleicht ist ja was Brauchbares drin. Ach man, das dauert. Hui! Super. Kann ich das toll. Also, da noch. Ah, da war ich wirklich noch nicht. Da ist nämlich ein Orden. Nichts wie her mit diesem Orden. Es bringt zwar nur ein bisschen Geld, aber... Was soll's. Mensch, da ist ja überhaupt nichts drin. Komm. Ach, wie öde. Nachladen. Sollte man nicht vergessen. Ja, super. Und da geht es gar nicht weiter. Oh. Okay, hilft nichts. Dann muss ich noch weiter zurück. Gibt ja nur den einen Weg dann. Mal gucken. Äh, links ist nix. Also rechts und nochmal rechts. Okay. In dem Raum da war ich bestimmt. Ich lasse ja keine Räume aus. Ist alles so friedlich und ruhig hier. Warum glaube ich das da irgendwie nicht? So. Jetzt wieder aufpassen. Ja, ich weiß. Ich gucke sehr oft auf die Karte. Ah ja. Ich hoffe jetzt, dass diese Tür aufgeht. Ansonsten... Fail in der ersten Minute. Äh. Ja. Der Fail beginnt bereits, denn ich laufe an der Tür vorbei. So. Nee, das ist... Ist das die richtige Tür? Ehrlich? Nee, natürlich nicht. Wo renne ich denn rum? Oh, nee, Mann. Bin mal wieder schlimm. Okay. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Jetzt muss ich mal überlegen. Ach, da oben. Vielleicht, oder? Ach, nö. Oh. Leute, Leute, Leute. Ich bin so verplant. Naja. Das war ich schon immer. Also nicht, dass ihr denkt, oh, der Kerl ist schon so alt. Der kriegt nichts mehr auf der Reihe. Ich habe vor 15 Jahren genauso beschissen gespielt. Ganz ehrlich. Ich war schon immer so. Hat mich aber nicht davon abgehalten, weiterzuzocken. Irgendwie... Ah, weiß nicht. Ist jetzt schon mein Markenzeichen irgendwie. Ich bin halt leicht verpeilt. Ich könnte das Spiel jetzt schon zum fünften Mal gespielt haben. Und ich wäre jetzt immer noch verpeilt. Ganz ehrlich. Ach, okay. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft, Leute. Ganz ehrlich. Ich muss einfach nur da die andere Tür raus. Das wäre das Ganze gewesen. Tja. Fünf Minuten verschenkt. Fünf Minuten umsonst. Let's play it. Sorry, sorry, sorry. Jetzt geht es weiter. Ich wollte euch nur einen kleinen Rückblick liefern. Was wir bisher bekämpft haben. So, aber jetzt wieder Concentration hier. Gut. Die bleibt zu. Habe ich mir gedacht. Das ist wieder ernst. Gut. Da gibt es nur einen Weg. Hi. Hm, keiner da. Okay. Anscheinend muss man in diesem Dungeon auch gar keine Hinweise sammeln. Oh, da ist ja einer. Hi. Ich wollte dich eigentlich ein bisschen genau da treffen. So, Tod ist er. War ja klar, dass da noch jemand ist. Ach komm, lass das. Ist schon hässlich genug. Du musst dann nicht noch sowas machen. Mann. Da hinten. So. Wie ist jetzt Zappe hier? Hier ist wieder... Ach Gott, da leider ist ja noch einer. Ist das wieder so ein unendlicher Spawnpunkt oder was? Das hasse ich. Am Verschwinde. Wir rennen hier jetzt mal schnell durch. Ja, schnell ist relativ. Was ist das für eine fette Blutspur hier? Boah, ich muss hier weg. Ich spüre es. Da ist einer. Komm. Lass es. Lass es einfach. Okay. Ich glaube, das war doch nicht unendlich. Ich glaube, das Ding ist zurückgegangen. Dieser schwarze Schatten an der Wand. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Er ist weg. Was haben wir denn bekommen? Oh, schön. Ich bin aber voll mit allem. Ich bin sowas von voll. Boah, ich renne gleich mit der anderen Waffe rum. Ich sag's euch. Was ist denn diese Blutspur jetzt? Wer kann denn so viel Blut verlieren? Da endet die Spur. Hm. Okay. Auf die Karte gucken. Ah ja. Hm, ob es recht drum einen Bonus gibt? Schauen wir mal. Okay. Ich laufe aber... Erstmal nach rechts. WAH! Scheiße. Gott, das war jetzt wieder... A MAAANN! Boah, oh, oh, oh. Was machst du? Was machst du mit mir? Eieieieieiei. Komm, krieg dich wieder ein. Böde. Das ist Hussi da, echt. Ach, da ist noch einer. Hey, 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 hey. Wenn man letztes Mal wieder ein Tier kommt. Da noch einer? Mann. Mach langsam. Ich bin's doch auch. So ein Tod. Da hinten sehe ich noch einen, Mensch. Was ist denn das für eine... Ach, komm. Das reicht jetzt mal wieder. Der ist so weit weg, den kann ich noch gar nicht anpeilen hier. Voll in der Mist. Also langsam müsste es doch gehen, oder? Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich will eh da rum. Mann, oh Mann. Ach. Ah. Ich sag's ja, Bonus. So. Müsste ich von der anderen Seite auch nochmal kommen. Da gibt's bestimmt auch was Feines. Wo sind sie denn jetzt? Ach, da ist er doch. Hi. Jetzt geht's. So. Und da noch eine Lady. Was erwartet mich da rechts rum? Na super. Wenn ich drauf gefasst bin, kommt natürlich nix. Ist jetzt was runtergefallen? Hab ich das richtig gesehen? Äh. Okay. Ey, ein Köter. Nein, kein Hund, sondern ein, ähm... Ein Köter für das Angeln-Mini-Spiel. Was wir unbedingt noch machen müssen. Ja, ich will angeln. Das Spiel ist eigentlich perfekt für mich. Erst so Horror und dann zum Runterkommen wieder so schön Open-World-Tour. Mit Leuten quatschen. Aha, da geht's weiter. Moment, Karte. Ah, ja. Haben wir noch einen kleinen... Ausruhraum. Obwohl, da müssen wir angeblich rein. Dann gehen wir rein. Hat das denn einen Schlüssel oder so? Schauen wir mal. Hallo? Jemand zu Hause? Was ist das? Hopp. Oh ja. Bitte. Okay. Entschuldigung, übrigens, wenn meine Stimme etwas belegt klingt. Ich bin mal wieder leicht erkältet, aber nur ganz leicht diesmal. Zumindest noch. Äh, was ist denn das jetzt für eine Sicht? Was soll denn das? Boah, ich muss gerade an Resident Evil 2 denken. Na ja. Verbandskasten, yeah! Hermit! Ein Computer. Aber jetzt bitte nicht wieder Schach spielen. Okay, zum Glück liegt da keiner drin. Aber da liegt eine Karte. Wahrscheinlich irgendeine Schlüsselkarte, die wir brauchen. Na, zum Glück kennt sich Agent York hier perfekt aus und weiß, wo die Karten versteckt sind. Speichern? Ja. Ich speichern mal lieber. Hallo? Ähm, jo. Wir sind übrigens immer noch im ersten Kapitel. Also, ihr merkt, dadurch, dass man diesen Dust nebenbei macht, zieht sich das Spiel ganz schön. Fragt mich jetzt nicht, wie viele Kapitel es gibt. Ich glaube, so fünf. Ja, fünf könnte es sein. Wobei die letzten zwei, glaube ich, ohne Open World auskommen. Da geht es nur Schlag auf Schlag. So, Schlüssel für den Eingang. Na, das ist doch mal vielversprechend. Ähm. Moment. Ah ja. Da ist nix. Und da? Auch nix. Gut. Dann raus hier. Was liegt denn da noch? Ach so. Ja, kann ich nicht aufnehmen. Sorry. Da kommt jetzt sicher... Hä? Dummkopf. Da. Mach was. Da kommt jetzt aber sicher noch was. Ich glaube nicht, dass ich einfach rausspazieren kann. So. Okay. Ich trau der Sache nicht. Da ist bestimmt noch was. Hm. Orden. Ach, war ja klar. War ja so klar. Ja, was kommt. Was kommt? Ist das mein Endgegner oder was? Oh, der hat eine Waffe. Die haben... Die haben Schrotflinten oder... Oder wie sehe ich das? Das ist natürlich nicht so gut. Und noch einer? Ne, ne. Da gehe ich erstmal in Deckung. Moment. Oh shit. Wo gehe ich denn da am besten hin? Noch kann ich gar nix machen. Ja, ich stehe perfekt. Wenn ich... Wenn ich Schweizer Käse werden will, stehe ich perfekt. So. Ach, komm. Erstmal dich jetzt. Scheiß auf die... Nähe. Tod. Ja. Schnell. Und wer kommt? Ah, shit. Okay. Agent York ist hart im Nehmen. Aber du schießt jetzt nicht nochmal. So. Da war es nur noch einer. Mann. Das hat aber nicht ohne Schaden eben gemacht. Zwölfer Projektile. Gut. Okay. Da nur noch einer, glaube ich, oder? Komm, nehmen wir noch schnell die Muni. Nicht, dass sie verschwindet, wenn ich den dritten gekillt habe. Ach, Mist. Okay, der rechnet gerade gar nicht so mit mir. Umso besser. So. Lass die Waffe gerade liegen. Die nehme ich gerne an mich. Oder? Ach, nö. Nö, er lässt nur die Muni liegen. Gemein. Na gut. War noch einer da? Was haben wir hier? Ja? 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 Wenn du so wütend bist, dann warum nicht nur 2 auf einmal zu fangen? Wer ist das alte Mann? Das ist Harry, Harry Stewart, einer der größten Probleme hier. Sein Vater begann die Lumbertrade und begann diese Stadt. Sieht immer so aus, ohne die Stadt zu sprechen. Und nur FYI, er hat fast die ganze Stadt gewonnen. Nicht, dass das eine Rolle macht. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Harry Stewart, geheimnisvoller Kapitalist. Michael Tillotson, Harrys Gehilfe und Sprachrohr anscheinend. Harry Stewart, geheimnisvoller Kapitalist. Wie Sie wissen, mein Name? Sieht immer so aus, wie Sie sind. Herr Franzis York Morgan. Mit jeder Wärme, unsere Stadt geht schrecklich. Mit jeder Wärme, unsere Stadt geht schrecklich. Mit jeder Wärme, unsere Stauberin nichtverzübend. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. Das ist so, wie er immer lebt. Manche diese Scheiße sagen. Niemlich narrator. Es ist schrecklich. Emily hat hier. Ah, ja. Oh. Okay, danke dir, Thomas. Agent York, wir haben die ersten Begründer in der Krimszene kontaktiert. Du kannst sie interviewen, wo sie das totes Körper gefunden haben. Excellent. Ich war gerade gefragt, ob du mich da anziehen könntest. Das ist ein Autopsiebericht. Gegner inklusive. Das lief doch ganz gut. Oh, bekommen wir wieder ein bisschen Kohle. So. Zeugenbefragungen. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie wir noch so kennenlernen. Also, der war ja sehr skurril gerade. Okay. Es ist 14.28 Uhr und bis 18.00 Uhr müssen wir dort sein. Profilerstellung. Episode 1 nach wie vor. Jetzt gucke ich erst mal auf der Karte, ob wir gleich dahin gehen oder noch was anderes machen. Die sommersprossige Fiona. Kein Nebenmissionssymbol. Aber hier hätten wir noch eine Karte. Hm. Karte. Ah ja. In dieser lila Pfeil, da können wir, wenn wir wollen, den Spukort wiederholen. Also, das, was wir, die Horrorwelt können wir dann nochmal machen, wenn wir Lust drauf hätten. Haben wir aber nicht, weil das ist überhaupt kein Unterschied. Ähm. Mal ein kurzer Blick in die Stadt, ob da irgendwas Neues möglich ist. Lily kennen wir. Thomas. Ähm. Olivia. Sallycram. Ne, sind's alles bekannt? Ich denke, wir machen erst mal mit Story weiter, oder? Würde ich vorschlagen. Weil bis 18.00 Uhr, das Zeitfenster ist eh nicht so groß. Äh. Wo müssen wir denn hin? Ja, das ist auch ein gutes Stück weg. Das sollten wir uns gleich auf den Weg machen. Ja, doch. Ai, 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 ai. Was haben wir hier? Ah, Grieß. Ja, das ist quasi am anderen Ende der Stadt. Ach, du jemine. Und das sind auch neue Leute. Ein Grund mehr. Der Baum vom Anna. Ja, da werden wir sowieso hin müssen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch mal angeln. Würde ich vorschlagen. Jo. Also weiter. Ähm. Steigen wir ein? Steigen jetzt die anderen auch ein, oder bin ich alleine? Agent Morgan. Wenn ich dir nur eine freundliche Warnung geben könnte. Sind Sie wirklich schreckt, dass ich mich auf... Ich habe die Autorität von der FBI verabschiedet. Ich habe die Autorität von der FBI verabschiedet. Ich verstehe, dass Sie es nicht interessieren, aber Sie werden folgen meine Orden. Ich bin nicht die Autorität von der FBI, aber das ist unsere Stadt. Sie werden nicht so weit entfernt, und Sie werden nichts von mir antagern. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich mache nur Dinge meine Weise. Ich kann Sie aus dem Fall, wenn Sie mögen. Stopp it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Hm. Diese Lache von ihm. Okay. Entschuldigung. Und diesmal werde ich auch brav losfahren. Und nicht wieder einen Einzelweg bestreiten. Das hat zur Folge, dass ich jetzt erstmal auf die Karte gucken muss. Äh, nee. Das hat zur Folge... ...dass, äh, York jetzt nicht mit Zack redet. Aber vielleicht mit den... ...real existenten Personen. Oder sagen wir es mal so, zu den... ...offensichtlich sichtbaren Personen. Was auch immer Zack sein mag. Es wurden ja schon ein paar Theorien in den Raum geworfen. Dass es einfach der Spieler ist, wer weiß. Ah, ja, wir können reden. Anna's momen, was discovered by the woodsman Jim Green. Along with his two green children, Isaac. Isaac. Was war er in der Forst? Just 19. They found Anna's gott. So you've talked to them all day? Not officially. Not yet. I can't. Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Easy. My time is hard to be told. Who were given orders to wait for a few hours? Orders by who? A man about 8 minutes from the FBI. Robert, is he? No Bob Abel. But they tell him to stay at him. It's always tough to have a meddling boss, Isaac. I thought you knew it was important. Don't worry about it. You may not have taken official statements, but we got all the information. I can tell you right now if you'd like. Thanks, George. But that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves. First hand. Just keep the need of children to wait for a few hours. They made me traumatized. We better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emma. Not at all. That's not what I meant. Then what did you mean? Just forget it. Yeah, sorry nochmal an der Stelle, dass ihr gar nichts verstanden habt. Ich könnte es theoretisch auch wie bei Lost Odyssey machen und den Ton lauter stellen bei solchen Sequenzen. Hätte aber dann gerade jetzt den Nachteil, dass ihr das Motorgeräusch dann extrem laut hört. Das geht einem ziemlich auf den Senkel. Glaubt mir. Ich hoffe, ich fahre richtig. Aber ihr seht es ja an der Minimap. Der rote Pfeil. Ich gucke jetzt lieber mal. Nicht, dass unser Tank noch leer geht. Wenn ich jetzt weiter hier rumfahren würde... Ne, das wäre glaube ich dann nicht mehr sinnvoll. Wo muss ich denn hin? Ach Mann, ist das noch weit weg. Hallo? Kommt das irgendwann? Hier. Okay, wenn wir diese Straße... Ne, oder? Ah, ich glaube die Abzeigung kommt erst noch. Ne, hä? Hä? Moment. Wo bin ich? Ach her je. Theoretisch, äh, durch die Stadt. Ist denn der in Ernst, oder? Wo bin ich denn? Oh Mann! Ach komm, ich fahre einfach. Ist mir egal. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich, ähm, fahre einfach dem Pfeil nach. Ich nehme die nächste links. Das wird schon irgendwie klappen. Mann, oh Mann. Ich und meine Orientierung. Äh, ja, ich müsste mal nach links, Leute. Okay. Na ja, die Aussicht ist schön, oder? Auch wenn das Spiel optisch total veraltet ist. Das Game ist übrigens nicht, ähm, Xbox-exklusiv. Das gibt's auch auf der Playstation 3. Ich glaube aber unter einem anderen Namen. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, unter welchen. Ich kann mich aber mal schlau machen, wenn ihr wollt. Auf der Playstation 3 sieht's aber auch nicht besser aus. Nur, also, so viel dazu. Ja, ich bin doch dabei, Leute. Ich glaube, ich bin gar nicht mal so verkehrt. Also, das Zeitfenster ist ja absolut beruhigend. Der Tank eher nicht. Aber da kommen wir theoretisch nochmal vorbei. Ah, na ja. Boah. Oh, das war knapp. So. Jetzt rechts lang. Ich guck, ich guck. Jetzt guck ich nochmal. Denn jetzt bin ich in dieser Stadt, wo ich ja eigentlich mal hin wollte. Was ist, wenn ich die Straße jetzt immer weiterlaufen würde? Äh, fahren würde? Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich gehe die Straße immer weiter. Ich glaube, das ist... Hey! Was fällt dir ein? Mensch. Na ja. Gibt Schlimmeres. So. Ja, Leute. Das ist halt eine Autofahrt, ne? So viel muss sein. Aber, ne? Zulage für große Strecken. Oh, sehr nett. Ähm. Ähm. Ja. Jetzt fahre ich wieder wie ein Besoffener. Ich habe schon wieder das Bedürfnis, auf die Karte zu schauen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Äh, ja. Das ist die Straße, wo ich hin will, ne? Ja, genau. Also. Immer weiter entlang. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wie gesagt, das gibt es auch auf Playstation 3. Ist sogar auch früher erschienen. Und ich habe mal gehört, aber alles jetzt, äh, unter Vorbehalt. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich habe mal gehört, dass diese Horrorpassagen, äh, erst nachträglich hinzugefügt wurden, um das Spiel aufzufetten. Dass es eigentlich ein reines Adventure ist. Das habe ich mal gehört. Aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Aber ich finde, das merkt man stellenweise, wenn das wirklich so sein sollte. Dass man zum Beispiel jetzt aus dem Krankenhaus raus, äh, da rauslaufen wollte. Und dann ist wieder diese normale Welt. Und keiner spricht von dieser kranken Zombie-Welt. Ähm. Kommt mir persönlich wirklich so vor, als wäre es hinzugeklatscht. Aber ich kann euch auch beruhigen, äh, denn dieser Horror-Part wird im späteren, im späteren Kapitel auf jeden Fall noch klarer in die Story integriert. Also das bleibt nicht so verrückt. Nicht so abseits. Das wird noch integriert. Sowieso wird in den letzten Kapiteln ordentlich was umgekrempelt von der Mechanik her. Aber das habe ich ja schon öfters gesagt. Aber da sind wir ja noch weit entfernt. Denn wie ihr merkt, das Spiel kann sich relativ in die Länge ziehen. Und ich glaube, der Tank reicht. Aber ich glaube nicht, dass er für den Rückweg reichen wird. Ja, das kann lustig werden. Aber wisst ihr was? Dann machen wir einen kleinen Waldspaziergang, weil ich habe da so Knochen gesehen und so ein Blödsinn. Werden wir einfach mal diese Knochen suchen. Schauen, was dann passiert. So, ich glaube, jetzt nur noch einmal rechts abbiegen, oder? Ja, Wahnsinn. Wir haben es so gut wie. Nur noch einmal nach rechts. Sehr schön. Und wir können ja schon wieder reden. Ach, sagen wir schon wieder das Gleiche. Ja, ich dürfte jetzt auch gar nichts Nebensächliches machen, sonst würden die wieder aussteigen und motzen und was weiß ich nicht alles. Das habe ich ja das letzte Mal gemacht. Und diesmal möchte ich brav sein. Ich muss mich ja ein bisschen... Auch wenn wir jetzt die Leitung dieses Falls übernommen haben, können wir uns ja doch von unserer kooperativen Seite zeigen. Ne? Jo. Ähm... Ah ja, der Vote ist vorbei. Agent York wird einen Bart bekommen. So viel ist sicher. Wenn ihr einen Bart habt, dann könnt ihr mir jederzeit sagen, oh Gott, ne, das geht gar nicht. Rasiert ihn gefälligst. Dann werde ich das eventuell auch machen. Ganz wie ihr wünscht. So. Hier fährt keine Sau rum, außer ich. Hi George. Hi Emily. Ja, ich weiß. Ihr schaut auf die Straße, ich nicht. 30% noch vom Tank. 95% unserer Fahrzeuge an sich. Das kann ja auch kaputt gehen, wenn wir zu viel Blödsinn machen würden. Wir müssen übrigens nicht auf der Straße fahren. Wir könnten auch abseits sonst wo rumgondeln. Aber... Lassen wir das. Wir hatten ja erst einen Unfall im ersten Part gehabt. Das reicht. Ja, und ihr seht es, meine Energieleiste platziert. Bleibt so, wie sie ist. Da sind sie gnadenlos. Ich müsste mich mal heilen. Hey, schön. Der Wasserfall. Und wir sind da. Hallihallo. So. Na, wo ist mein Kreis, wo ich reinfahren soll? Hier ist er. Das ist ein Land. Nein, es ist private. Das ist von Harry. Das ganze Stadt? Es sieht auch sehr gut aus. Special Agent Francis York Morgan. Bitte nimm mich York. Das ist, was jeder mich nennt. Und du bist Jim Green? Das bin ich, Junge. Ich behalte diese Bäume. Jim Green, der Förster aus dem Intro. Du bist ein guter Job. Ich war ein Trieger. Und diese beiden erfüllen die Körper? Ja, meine Eltern. Isaac und Isaiah. Okay. Zack, Sie sehen das? Twins. Wie in meinem Traum. Wir müssen uns auf diese beiden. Entschuldigung. Können wir von den Jungen reden? Ich will deine Analyse helfen, aber ich will sie nicht hören. Sehr gut. Emily, bitte. Ich werde sie einfach über dort hin. Danke. Hold on. Okay. 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 Na ja. Isaac. Isaiah. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Sie sahen uns. Sie sahen uns. Sie sahen uns sehr glücklich. Das stimmt. Isaiah. Sie war eine Frau. Sie war eine Frau. Eine Frau. Ich bin sicher, sie spielt mit diesen Tiere. Sie ist eine Frau. Natürlich ist sie. Die Maschinen. Das Profiling haben wir schon mal gemacht. Das war's. Ja, mal schauen, ob wir was finden. Ist jetzt wieder Horrorwelt? Ne, anscheinend nicht. Aber von diesem Baum geht da was aus. Das gefällt mir nicht. Aber da liegt anscheinend was. Zack, schau, der Abdruck im Gras. Wir haben einen Hinweis gefunden. Zwei ungeknickte Gräser. Okay, einer von vier Hinweisen. Ich werde jetzt das Profiling nicht machen, weil es wäre ja erst zu ein Viertel voll. Wir machen es, wenn es voll ist, beziehungsweise zu drei Viertel, weil ich bin mir nicht sicher, ob es kommt, wenn es voll ist. Bild einer Weste mit Löchern. Okay. Das haben die anderen nicht gefunden. Nein, wir machen kein Profiling. Aber das nächste Mal machen wir. Dann könnt ihr den Unterschied sehen, wie sich die Bilder geändert haben. Okay, die Hälfte der Hinweise haben wir ja schon. Im Grunde müssen wir ja nur so rote Pünktchen finden, so wie da oben. Das ist ja ein Vogelnest. Schießen wir mal drauf. Vielleicht können wir es runterfeuern. Okay, jetzt ist das irgendwo da hinten gelandet. Mal, da hinten ist noch so ein Nest, oder? Was ist das? Ja. Machen wir es, das. Stück eines hochhackigen Schuhs. Let's machen wir mal Profiling. Oh, nein. Oh, nein. Okay Leute, ihr habt es an den Bildern gesehen. Anna hing schon am Baum und bei der großen unbekannten Handel ist es sich anscheinend um eine Frau. Zumindest in Schuhen zu urteilen. Na ja, mal gucken, was Jörg gleich dazu sagen wird. Wenn wir den letzten Hinweis bekommen, ich schätze mal, dass er da oben irgendwo liegt. Er liegt da. Ich bin mal gespannt. Holzspan mit rostigem Metallstaub. Ich habe eine von diesen in einem langen Zeit gesehen. Untertitelung. ... und ... ... und ... ... und ... ... und ... ... ... George, du hast sicher eine vivide ... und eine interessante ...theorie, nicht wahr, Zack? ... und was er wieder? ... der Hollywood-Producer? ... ... das stimmt, Joel. Wir sollten wirklich ... und ich zeigte ihn, Zack. Profilen ist ein bisschen anders ... von ein Schreinplay, doch. An Idee ist interessant, ... das macht es nicht wahr. Ich enlighten Sie, George. Die Fotos zeigen, ... dass eines der Heels ist, ... und sie sind anders ... von Anna's Schoen, ... die wir in der Office gesehen haben. ... 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 Wir haben alle Hinweise. Jetzt verstehe ich es. Wir haben alle Hinweise. The steps are close, coming up to the body, and then farther apart, going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Donna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also the one who took whatever it was Anna was holding onto in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them. Except, well, except maybe one person. Don't keep me in the dark then. Who might this elegant lady be? Diane. The owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore. With either a lot of metal, or metal machinery, or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Good good. Unser nächstes Ziel ist also das Sägewerk. Das werden wir uns das nächste Mal dann genauer anschauen. Wenn ich nicht einen Mini-Quest-Flash bekomme, das entscheide ich spontan. Erstmal gucken, was unser Zeitfenster sagt. Das wollen wir auf alle Fälle einhalten. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well, then everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have no stiletto fields to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence and carefully figure the unsub's MO. Modus operandi, his way of thinking. He usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Yeah, klingt ziemlich clever. Ähm, hey, cool, Andromo Sigma. Aber, Leute, ich möchte... Was ist denn los, Zack? Die Ermittlungen müssen weitergehen. Oh, verdammt. Wir können gar nicht, ähm... Wir müssen mit der Story weitermachen. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr. Ja, ihr seht's Limit, 0 bis 0. Puh, mal überlegen. Ich weiß, dass es da hinten keinen... Warte mal, wir gucken uns das mal auf der Karte an, ob da noch ein Save-Point ist. Aber ich glaube nämlich nicht. Weil wenn dem so ist, dann werden wir das erst das nächste Mal machen. Ja, der ist doch da vorne. Aber darf ich da hin? Das ist die Frage. Aber so weit ist das doch gar nicht. Komm, das fahren wir jetzt. Und wenn es keinen Save-Point gibt, dann werde ich ganz einfach das nächste Mal die Fahrt ohne euch machen. Und dann an der gleichen Stelle wieder beginnen. So einfach ist das. Und jetzt ist es total abandone. Und dann ist es total abandone. Aber das ist ein Paar, der Sie die Sonnenkombin nicht. Die Sonnenkombin nicht kann, dass es wirklich gut ist. Der hat den Motorradkombin nicht. Oh. Oh, I do. Thank you. Ja, schneller geht's nicht gut, der Emily. Also, mein Plan sieht wie folgt aus. Da wir jetzt gezwungen werden, mit der Story weiterzumachen, wird der nächste Part natürlich dieses Sägewerk beinhalten. Und der übernächste wird auf jeden Fall optional. Vielleicht sogar der darauf auch noch. Und erst dann wird's mit Story weitergehen. Soviel dazu. Es wird nichts vernachlässigt. So, und jetzt muss ich da abbiegen, dann sind wir schon so gut wie da. Ja, tolles Auto, wirklich. War doch jetzt ein gutes Stückchen. So, ja, und ihr seht, Tank und Schadensanzeige ist wieder ausgegraut. Man kann sich also jetzt nichts verbauen, wenn es drauf ankommt. Es gibt später Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, sich ein anderes Auto zu kaufen, beziehungsweise es zu tunen. Das sind alles Nebenoptionen. Äh, werde ich auch anpeilen dann nach dem Sägewerk. Ich werde so verdammt viel anpeilen nach dem Sägewerk. Da werdet ihr mal staunen, was das Spiel sonst noch so auf Lager hat. Und was man sich theoretisch komplett schenken kann. Was ich auch schon fast schon schade finde, wirklich. Ah, deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mit. So, jetzt sind wir gleich da, glaube ich. Mal gucken, ob wir speichern dürfen. Ja, beim zweiten Mal motzen sie immer. Kann man doch gar nicht schaffen. Mensch, ich bin doch so schnell wie möglich. Sogar fast fehlerlos hier. Ja, was ich jetzt ein bisschen vernachlässigt habe, sind diese Wettrennen. Beim Krankenhaus hätte man eins machen können. Hier könnte man eins machen. Möchte ich jetzt aber nicht. Das mache ich dann auch nach dem Sägewerk. Wobei ich euch da nicht versprechen kann, wie gut ich dort bin. Mit Wettrennen habe ich es nicht so. Generell mit Autofahren bin ich eigentlich nicht so der Typ, ganz ehrlich. Ich bin eher der klassische Fußgänger. Und wenn es mal sein muss, dann fahre ich lieber mit der Bahn. Ja, ich bin ein Geduldsmensch. Nun ja, ähm... Aussteigen darf ich hier noch nicht. Ich muss erst mal zu meinem Ziel. Das wäre da hinten. Also nichts mehr hin. Ich gehe in allein. Sie zwei bleiben hier. Ich kann nicht konzentrieren auf profilen mit anderen Leuten vor mir. Jetzt, warte mal. Wir sind das Ganze zusammen. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. Sorry, but I'm just doing my job. If they are pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Zack, they're here. And that we have here again a horror part. That's how you could do it. Now I'll just try to go out. It doesn't work. Okay, guys. Then I will, even if it's not scheduled, I will then, like I said, offline and then at this point next week continue. I hope you had fun with Let's Play Deadly Premonition. That was for this time. So, until then. Do you want to come back here at the finde мals? Well then, I'll show you. ... Otherwise you'll start rolling, I'll follow you on the sed겠ary STEP. Vielen Dank.